Jo Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, ich dachte mal Leute, wir brauchen ja ein bisschen Abwechslung. Immer per Koppel in den Taktik. Heute spielen wir Überraschungsball, ja? Und zu Gast haben wir einen sehr berühmten YouTuber aus Türkei. Und das ist der Ümit. Ümit, nass es denn gerade schon? Ihn, Bruder, und du? Wenn der Ümit gerade schon. Ihr seht Leute, er kann auch Deutsch. Deswegen ist es kein Problem. Ümit ist damals halt in die Türkei eingezogen als YouTuber. Und ist einer der, wie gesagt, der bekanntesten YouTuber. Und heute habe ich ihn als Ehre zu Gast. Und freut mich natürlich auf dem, dass er auch hier am Start ist. Und ja, wir haben dazu auch ein Video auf seinem Kanal gedreht. Auf jeden Fall. Unten in der Beschreibung könnt ihr auf seinem Instagram und auf seinem YouTube ein Abo dalassen, ein Like dalassen, ein Team Gian Community dalassen. Alles einfach unten verlinkt, Leute. Deswegen fangen wir auch jetzt direkt mit dem Video an. Wir haben uns schon, ja, invited. Und ja, Ümit, wie geht's dir? Erstens, Bruder, Leute, ich bin kein FIFA-Pro, also FIFA-Spieler. Ich bin Entertainer. Ja, deswegen erwartet von mir nicht so 20 Tore, 30 Tore. Aber auch geile Gameplay. Ich spiele zum Spaß. Und zweitens, ich habe seit drei Jahren nicht so flüssig Deutsch gesprochen. Deswegen kommt es mir voll komisch vor. Sorry. Alles gut, gar kein Problem. Auf jeden Fall, danke schön, dass du hier auch am Start bist. Wie gesagt, Ümit ist der wirklich einfach ein Entertainer, Jungs. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut in seinem Bereich. Einer der ersten YouTuber. Und ja, er hat auch geile Trikots hier am Start. Das habe ich schon vorhin im Video bei ihm auch erwähnt. Ich spiele mal jetzt mit weiß, Ümit, äh, mit blau. Mit meinen Totti-Trikots. Ich bin gespannt, Leute, wie das Spiel hier ausgehen wird. Ja, das erste Spiel könnt ihr, wie gesagt, auf Ümit's Kanal nochmal gerne abchecken. Bruder, ich bin nicht gespannt. Du bist nicht gespannt? Nein. Oh, doch, Digga. Ich weiß schon, wie es enden wird. Nein, das ist Überraschungsball. Hier kann alles passieren, Digga. Hier kann alles passieren. Deswegen macht die Lack jetzt nichts. Oder du bist einfach zu gut, Mann. Du bist einfach zu gut. Ja, geht, geht. Danke, Digga. Mal schauen, was das Spiel so gibt. Und wir gehen jetzt direkt mal rein. Und wir fangen jetzt an, Leute. Dribbling-Boost haben wir jetzt am Start. Komm, Messi, Junge. So, jetzt mache ich 35 Teure, Bruder. Komm, Junge, Messi. Messi. Mach mal das erste und das ist das. Roll it. Bruder, du schießt doch nicht dein erstes Tor in der ersten Minute, Mann. Digga, ich bin einfach nach vorne gelaufen. Ich habe nichts gemacht. Nein, du bist einfach E-Sportler. Ich will Torschießen, ich will Torschießen, Papa. Mann würde sagen, das ist mein Gast. Ich mache mal ein bisschen ruhig. So, super. Okay, jetzt kommt Toti Ronaldo. Jetzt macht er 50 Tore. Ai, 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 ai. Los, Leute, oh, jawohl. Er hat Speed-Boost. Speed-Boost. Einzige, womit ich Tore schießen kann. Okay, Ronaldo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöner Schuss. Komm, Ronaldo her. Okay, jetzt. Jetzt kommt Tore. Nein. Hat Ronaldo. Jawohl. Komm, Rolidio. Oha. Dribbling-Boost. Okay, warum ist mein Abwehr so weit vorne? Neymar. 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 Oder Mbappé. Mbappé. Äh, Mbappé. Ich sag Neymar. Ach du Scheiße. Oha, Neymar hat sich voll verändert. Ja, Neymar hat sich geändert. So sieht es aus. Und da kommt die Flanke. Oh, schau. Wandaiq-Monster. Messi. Wir haben Schuss-Boost. Messi. Oha. Hey, wo mein Spieler liegt da und du spielst weiter. Respektlos, Mann. Ich bin vor dem Tor. Ich muss weiterspielen. Okay, der Mann ist gestorben dort. Die zocken einfach weiter da. Mbappé. Rolid. Da bin ich. Mbappé. Oh, schade. Was ein Defense. Was ein Defense. Nochmal überlebt. Haudlom, Mestilom. Mess, 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 mess. Oha, schöner Ball. Oha, Van Dijk. Van Dijk, Alter. Der ist einfach krass im Spiel. Radiver. Jetzt. Oha, Ronaldo. Aufpassen. Ich habe nicht gesehen, dass Tripling-Boost offen ist. Hätte ich dann lieber gepasst. So, jetzt habe ich wieder den Ball. Scheiße und Boost. Wie irrer läuft, Junge. Wie irrer läuft. Komm, Roberto Carlos. Du bist Roberto Carlos, Mann. Oha, Neymar und Mbappé. Mbappé, Mbappé 2 zu 0. Buffon, ab heute wirst du verkauft. Ja, Buffon ist Legende, Bruder. Mach mal nicht so, Bruder. Der ist Legende. Ich muss den jetzt verkaufen. Oh, Habe. Von der Seite. Tschüss. Okay, was ist jetzt offen? Wieder Speed? Jawohl. Boah, nein. Oh nein, Roberto Carlos. Jetzt Neymar. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Leute, ich kann nur mit Speed zocken. Nein. Schießt ab. Nein. Zerba, das ist 2 zu 1. Ich habe gesagt, Totti Ronaldo macht 50 Tore. Da ist der Einste. Der ist eine Maschine. Der ist eine Maschine. Leute, ich habe Totti Ronaldo als Leihkarte. Aber wenn wir so zusammen als Freundschaftsspiel machen, geht das nicht leer. Also kann ich für immer damit zocken. Bug vom FIFA, Bruder. Digga, wie geht das? Bruder, diese Leihkarten, gell? Ja. Wenn du mit Freunden zockst, gehen die nicht leer. Ach du Scheiße, ich wusste das gar nicht. Die bleiben immer gleich. Deswegen kannst du alle mit Leihkarten zocken mit Freunden. Mach ich auch das nächste Mal. Weiß ich Bescheid. Oh, du hast Totti Ronaldo? Hast du auch den Leih Totti Ronaldo? Nein, aber den kann man sich ausleihen oder nicht? Nee, das ist schon vorbei. Das könntest du nur bei Totti. Ach so, nur ein Totti. Ach du Scheiße. Das war wieder so ein Ding. Ähm, SBC. Ach so, okay. Und der ist schon fertig. Jawohl, der kann sich das nicht mehr holen. Oh! Komm! Jawohl! 2 zu 2! Der liegt! Bruder, ich lasse... Ich lasse Chian reden, damit er sich nicht konzentrieren kann. Ja, das ist eine gute Taktik, Digga. Gute Taktik. Leute, könnt ihr auch immer gerne machen. Wenn ihr mit euren Freunden redet, einfach... Sprich einfach ganz die Zeit mit ihm, aber seid konzentriert. Dann könnt ihr immer... Ich kann das ja, Bruder. Ich mache das ja seit Jahren. Deswegen ist es kein Problem für mich. Das stimmt. Allerdings stimmt das. Jawohl, damit haben wir 2 zu 2. Jetzt Kasimeo... Jetzt ist schon Ehre gerettet. Jetzt ist Ehre gerettet. Zwei Tore gegen die Sportler. Bruder, ich ding jede Video ein Tor mehr. Mein Ziel. Ja, das ist gut. So, Bondi jetzt. Oh, 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 oh. Oh, Van Dijk, Alter, wie hart. Bruder, Bruder, Foul. Van Dijk ist krass. Mbappé. Passt so. Spiel zu Ronaldo. 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 Ah, mein Herz. Der ist einfach reiskalt, der Typ. Der ist so Maschine, Mann. Digga, ich wollte auch damals meine Haare so machen, als ich klein im Tastischball gespielt habe. Mein Vater hat mich so angemeckert, Digga. Ich habe dann direkt Glatze geschnitten. Klass-Tampf klassische Haare. 4 zu 2 hier. Was ist an? Schuss. Oh mein Gott. Schuss, Digga. Schuss. Leute, ich brauche immer Speed. Damit anders komme ich nicht vor. Hade ran. Hade ran. Oh. Weg. Oh nein. Oh nein. Oh Gott sei Dank nur einer. Komm, Junge. Komm, Roberto Carlos, Alter. Komm, bitte, Bruder. Komm, bitte. Oha, Vieira, Alter. Vieira ist auch gut. Neymar. Oh, schade. Komm, 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 komm. Oh, schade. Oh, ne. Du schon, was machst du, Bruder? Bruder, wie bewegen eigentlich Torwart? Mit rechts analog rein und dann hoch oder runter. Also je nach Bewegung. Also reinklicken. Ja, genau. Reinklicken und dann nach oben oder nach unten. Ach so, probiere ich jetzt mal zum ersten Mal in meinem Leben. Könntest du gerne machen. Hey, Bruder, man muss lernen von E-Sportler. Ja, das stimmt. Ah, was war offen? Ach so, pass. Messi, was haben wir jetzt? Passspiel. Ja, Mann. Komm, Roberto Carlos, Alter, komm. Vieira. Hey, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Dieses Jahr ist doch Abwehr voll schwer, oder? Bei 25. Ja, Molo, Mbappé. Ja, es kommt ja. Komm, 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 gar nicht gleich. Komm, Junge, komm, push dich. Okay, Bruder, ich brauche Speed. Komm, FIFA. Speed ist immer das Beste. Übrigens, sag immer Speed, Jungs. Was sagt ihr? Ich finde Schuss und Speed wirklich und Dribbling ist halt auch mega nice. Ja, Schuss, wenn man vorkommt. Ade. Okay, jetzt Totti Ronaldo. Ah, Bruder. Warum lässt der Militarer mich nicht schießen? Red mal mit ihm. Warte mal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nochmal, was ist das? Werden zurück, Leute. Wo ist meine Totti Kante? Neymar. Leute, dieses Jahr habe ich fünf Totti's gezogen. Ich hatte amok Glück. Fünf Totti's, Jungs. Checkt mal seinen Kanal ab. Fünf Totti's. Ich habe mich mal eingezogen. Oh. Und sogar, Bruder, Totti Kante habe ich von kostenlosen Pack. Ach, du Scheiße. Hattelon. Ich bin so zufrieden. Oh, er reicht's. Oh, Allah. Raus mit dem Ball da. Oh, Allah, ja. 40. Minute, 6, 2. Oh, mein Gott. Was ist an Dribbling? Oh, scheiße. Oh, jawohl. Renn, renn. Oh, da kommt die Gräbchen. Oh, mein Gott. Neymar, du hast alles vermasselt, Mann. Hattelon. Oh, jetzt haben wir den Ball wieder mit Rolet. Rolet, Rolet. Oh, der liegt Totti's saugut. Der liegt, ne? Ja, Mann. Totti Kante ist saugut. Hattelon. Rolet. Ich frage mich, warum Rolet bei mir... Ah, ich habe die Aufstellung gar nicht gemacht. Ich spiele irgendeine Aufstellung, die ich gar nicht wollte. Und Rolet. Uff, uff, uff. Abseits. Abseits? Ah, Schiri, Alter. Alles von Schiri. Eigentlich abseits. Guardiola, Jamal. Guck mal, ich bekomme Pass hier. Oha. So, weiter geht's hier mit Patrick Vieira, Vieira, Vieira. Oh, Schiri, 5 Mabe. So, oah. Hattelon habe ich... Oha. Dream Pass. Komm, Ronaldo. Zeig mal was. Boah, schöner Schuss. Oh mein Gott. Totti Ronaldo. 7-2, oh shit, man. Hattelon. Oh, Bruder, was sein Pass, ja. Guck mal, bei Jihan kommt immer Dribling. FIFA alles geklärt, man. Also war nur, weil der ich spotlight. Im Strafe einfach nur Skill Moves zu machen. Oh, Bruder, so muss es sein. So muss das sein, das stimmt. So, Leute, ihr könnt das sehen. Es steht 7-2 gerade. Wir haben beide 9 Schüsse. Ich habe 9 aufs Tor, er 6. Aber es steht 7-2, das ist schon heftig. Ja, Bruder, Mann, ich bin nicht jeden Tag gegen den E-Sportler. Leute, ich spiele nicht mal Wicke. Okay, jetzt habe ich meinen Boost. Jetzt habe ich meinen Boost. Tomatotti Kante, wie der jetzt abzieht. Komm, Leute, komm. Mbappé, 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 Mbappé. Oha, okay, den habe ich. Oh, Misty, komm. Jawohl, Speed. Nein, Torwart. Bruder, kann der nicht lupfen. Das ist noch Misty, Mann. Ich will heulen. Patrick Vieira, komm, Spiel wieder ab. Messi, Messi, Messi. Und? Nein. 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 Nein, 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 nein. 8 zu 2. Schöne Flanke und Neymar steht komplett frei. Ich gehe rechts oben in die Ecke. Okay, weiter geht's. Was haben wir jetzt? Pass? Ich glaube, Pass. Pass haben wir, glaube ich, ja. Immer, zu meinem Glück, Pass. Oha, du bist Totti Ronaldo. Ich habe probiert, Ball abzunehmen. Oha, oha, oha. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, Alisson. Warum ist der so schnell? Ich habe doch gar keinen Post. Pass ist doch an. Alisson. Nee, oder? Den hole ich mir. Nein, renn ins Tor. Komm, Leute, komm. Hab dich gesehen. Oha. Aber der war voll schnell, hast du gemerkt? Ja, Bruder, weil diese Modus, glaube ich, geht immer ein bisschen. Ja, aber als Torwart hat gar kein Tempo. So, weiter geht's hier, Leute. Weiter geht's. Komm. Bietig ihn an. Jawohl. Oh, schön verteilt. Oh, Delict. Wie da, Totti. Oh. Komm, Madibä. Die bewegen sich einfach richtig krass hier. Ja, man, so musst du eigentlich normale FIFA sein. Ja, das wäre heftig. Das würde ich doch einmal nur machen. Kommt schon, jawohl. Geht einfach nicht. Komm, Leute, guck mal vor, Mann. Komm, Junge, komm mit. Was haben wir jetzt? 8 zu 2. Immer noch Pass? 62. Es ist eine Minute. Schuss. Oh mein Gott. Oder Speed kommt zu wenig. Speed kommt zu wenig. Ja, so, jetzt. Und jetzt kommt Schuss. 2 Mal mit Totti Ronaldo. Das will ich nicht. Ja, das muss ich verhindern. Oha. Foulspiel. Ja, natürlich. Oh, jetzt ist alles offen. Alles mal 3. Ey, Bruder. Also, dann mache ich was hier. Mbappé. Mbappé. Geklaut. Das gibt es nicht. Mbappé. Jawohl, Wufuun. Jawohl. Da hat mir jemand noch gegönnt. Oha. Warte mal. Oha. Wow, und das ganze Spiel fliegt. Und da ist er. Es reicht. Es reicht. Ich gehe raus. Komm, wir weiter. Ist wieder alles offen? Nein, ich glaube nicht mehr. Dribbling. Immer bei mir. Bei mir nicht mehr alles. Oha, getunnt. Aha, Guardiola. Messi nein. Oh. Glück gehabt da. Offside-side. Das gibt es nicht. 70. Komm, einen machen wir noch. Komm mit, komm mit. Einen machen wir noch. Oh. Oh. Tote, Kante, Maschine. Passspiel hast du wieder. Jawohl. Oh, Junge, der ist so schnell. Was ist das? Oh, komm an. Er ist mit Ball viel schneller. Boah, Militao stark, Junge. Komm, was jetzt? Oh, jawohl, alles offen. Alles mal drei, Jungs. Gelingt es ihm mit hier noch ein Tor zu machen? Komm, Mbappe, bitte. Zieh, Mbappe. Adelan. Oh mein Gott. Was für ein Tor aus der Drehung. Und es steht 11 zu 5. Passat, mal drei natürlich gezählt, weil alles offen war. Wenn alles offen ist, ist alles möglich in FIFA. Ach du Scheiße. 11 zu 5, es wird hier spannend, Leute. Es wird spannend, weil es kann nicht alles noch drehen. So muss normales Spiel sein, ja. Mal drei. Oh, der hat im Drehung geschossen. Tor. Adelan. Ja, nicht pass, ey. Nicht pass. Oha, was ist los hier? Dann schieße ich mal. Boah. Wer schuss offen wäre es drin. Oh, ey, dribbling. Das musste ich eben gerade haben. Adelan. Van Dijk. Oh shit. Supernehmer. Oh, den habe ich. Kompo von, zeig doch mal was. Heute Neymarland. Abseits. Ja. Shit, man. Okay, jetzt war es der Schuss. Jetzt musst du Fernschuss machen. Mit Ronaldo. Geht locker rein. Oh, den habe ich. Schön verteidigt. Nein, was ein Scheißpass. Oh, jawohl. So, jetzt haben wir den Ball wieder. Viera. Spiel zu Kulit. Kulit. Macht einen Doppelpass. Wieder Dreieck. Schön gemacht. Oh, gut verteidigt wieder Delikt. Jetzt Mbappé. Messi. Ich will schießen, aber ich bekomme keine Position. Halt, Laron. Alter, Lass mich doch mal schießen. Boah, ich kann nicht schießen, ja. Alles voll, alles. Weiter geht's hier. Es wird spannend, Leute. Mal zwei Schuss. Aber er kommt nicht zum Schuss. Ja, ich komme nicht zum Schuss, Mann. Amokabwehr. Halt er noch an. Oh, der Ronaldo. Wir müssen noch reintreffen. Halt er noch. Halt er noch. Halt er noch. So, jetzt haben wir den Ball. Messi geht. Messi. Messi. Oh, shit. Messi. Facht das gut. Messi. Spielt das gut? Hab ich. Boah, wieder gut verteidigt hier von Kante. Toti? Hab's gesehen. Hottel am Messi. Schießt Messi drauf. Oh, mein Torwart. Toti am Moulin. Ach du Scheiße. Es steht 11 zu 7. 90 plus 2. 11 zu 7, Leute. Das wird hier immer spannender. Noch gegönnt, ja. Aber ich glaube, es ist nicht mehr viel Spielzeit. Gleich vorbei, Bruder. Gleich vorbei. Aber Hauptsache, Hauptsache noch ein Ehrentreffer. Dann wollen wir noch mal einen treffen hier. Komm mal, Neymar. Dann, Cihan und Alisson. Neymar. Neymar, bitte. Es reicht. Neymar ist recht, Bruder. Ich hab nichts zu machen. Was? Ach so, vorbei. Ich hab... Spiel es einfach um. GG. Also, meins. Sagen wir hier an der Stelle. Anu mit. Good game. Bruder, mein Ziel war, mindestens zwei Tore hab's geschafft. Läuft doch ein bisschen. Du hast sieben Tore geschossen und, ja, auf jeden Fall, Glückwunsch hast du dich gut geschlagen gegen mich. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Du bist sehr gut. Ja. Ich verfolge dich auch in meinem Ball 30. Und so. Ja. Amok, Respekt. Auf jeden Fall. Leute, das war, wie gesagt, unser erstes, ja, Video überhaupt, was Überraschungsball angeht. Wollten wir mal zusammen mit ihm etwas drehen. Wir wollen jetzt die nächsten Wochen auch oftmals was ziehen. Falls ihr das natürlich feiert, schreibt es mal unten in die Kommentare. Was ihr demnächst hier auf meinem Kanal mit Ümit zusammen oder generell auch sehen wollt. Und, wie gesagt, das Hinspiel haben wir auf dem Kanal von Ümit gemacht. Auf jeden Fall abonnieren und abchecken. Und Instagram ist auch unten verlinkt. So, gut. Ümit, dankeschön, dass du hier am Start warst. Und, ja, für die ganzen Bemühungen auch. Er hat ja seit Jahren kein Deutsch gesprochen, aber er kann das immer noch ein bisschen. Deswegen war's das von uns heute. Und, ja, haut rein. Peace out. Ciao.